Ich begrüße ganz herzlich heute Abend auf dem Assecuranz Award hier in Wiesbaden Herr Hans Niebuhr. Er ist Vertriebsdirektor bei der Ergo und auch Sponsor des Assecuranz Award. Guten Abend Herr Niebuhr. Guten Abend Frau Hegewald. Herr Niebuhr, Sie haben mit der Ergo den Assecuranz Award unterstützt als Sponsor. Was hat Sie dazu bewegt? Wir unterstützen den Assecuranz Award als Sponsor sehr gerne, da es ja nicht nur um einzelne Tarife geht. Hier geht es um Konzepte und Lösungen von Wettbewerbern und uns, also ein gesamtheitlicher Blick und keine Einzelaspekte. Dankeschön, das finde ich gut, denn das war auch unser Gedanke, als wir diesen Assecuranz Award im Leben gerufen haben. Was sagen Sie zum Gewinn des Awards in der Kategorie Marketing? Welche Kampagne verfolgen Sie da konkret? Die Ergo hat bereits viele Preise für ihre Produkte gewonnen. Deswegen freuen wir uns umso mehr, hier diesen Preis in der Kategorie Marketing gewonnen zu haben und entgegennehmen zu dürfen. Die Ergo ist ein verlässlicher Partner auf allen Ebenen. Produkt, Prozess und Vertriebsunterstützung. Das Filetstück unserer Landingpage ist neben Weiterbildungsangeboten und Produktinformationen unsere bereits prämierte Bioakquise-App. Diese unterstützt unsere Partner bei der Gewinnung neuer Kunden. Wer sie noch nicht kennt, bitte anschauen unter www.highlights.ergo.markt.de. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Niebuhr, und Ihnen einen wunderschönen Abend hier. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.